Ihr habt danach gefragt und hier ist es ein weiteres Cozy Game, denn ich weiß, dass Cozy Games sehr gern gesehen sind auf dem Kanal, aber manchmal kommt nicht so viel raus. Aber es soll jetzt tatsächlich 2024 einiges rauskommen und meine liebe Community sagt euch gerade Hallo und zwar auf www.twitch.tv slash gnote-live, deswegen kommt dort auch sehr gerne mal live vorbei. Wir spielen jetzt ein tolles Game, das heißt Assembly, Assembly with Care, das heißt wir tun schöne Dinge zusammen, basteln, die kaputt gegangen sind. Bin sehr gespannt, soll sehr entspannt sein, hat eine sehr gute Bewertung auf Steam und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo auch und gerne über weitere Cozy Game Empfehlungen, die ich noch nicht gespielt habe, die ich noch nicht kenne. Vielleicht habt ihr da was oder was rauskommt, das würde mich sehr freuen. Wir machen jetzt auf jeden Fall mal Marias Mix hier rein und gucken einmal aus dem Mies. So kann ein Game doch starten, das ist ja niedlich, Leute, walkie-talkie, wer kennt es noch? Dann stopfen wir das auch mal rein, wo kann ich das reinstopfen? Oh Gott, schon so lange her, ne? Okay, blop. No, für ein optimales Spielerlebnis sollte der Sound aktiviert sein, ja. Oh, süß. Neues Kapitel hinzugefügt, Assembly with Care. Also ich bin ja, wenn es um Sachen reparieren geht, richtig schlecht. After a year on the road, I thought I'd get tired of traveling. The endless clatter of railways, highways and everything in between. Süß. Ich brauch's dir nicht vorlesen, das steht ja hier auf Deutsch, ne? Und all die verschiedenen Schätze. Das geil, wenn man das kann. Bella Riva was my chance to take a break. Unfortunately, that would have to wait until after I'd unpacked. Auspacken. Oh. Ich hab ja ein Faible für solche süßen Games. So, klicke den Koffer an, um ihn aufzunehmen. Ja, hab ich. Ach so, ich muss ihn aufheben. So. Klicke die Verschlüsse an, um sie zu öffnen. Uh. Uh. Was für ein ordentlicher Koffer. Also, ich muss ja sagen, ich weiß, wie es euch geht. Aber wenn ich Koffer packe, ich nehme alles zu viel mit. Meine Schwesters eine passende Ohrringe, zu passenden Schuhen, zu passenden Oberteilen. Das Outfit ziehe ich Montag an, das Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und ich, fuck, ich muss packen. Ähm, zehn T-Shirts, äh, zwei Hosen, äh, was brauche ich noch? Fünf Schuhe. Und dann passt nichts zusammen. Am Ende laufe ich jedes Mal im Urlaub rum und denke, ich habe nichts dabei, was irgendwie schön passt und gut aussieht. Naja, klicke das Werkzeugset an, um es zu entnehmen. Okay, das muss ich jetzt alles irgendwie hin- und rauspacken. Süß, die Bürste. Das ist eine sehr gute Idee, Haarbänder, um seine Bürste zu wickeln, damit man sie nicht vergisst. Und mein Pass. Ja, ich hasse Koffer auspacken. Ich bin auch eine... Ich bin auch eine, die ihre Koffer extrem lang nicht ausräumt. Seid ihr Koffer einpacken oder, äh, auspacken oder nicht auspacken nach dem Urlaub? Ich bin auch ein paar Tage, um ein paar Tage zu machen. Nachdem ich auf TV-Dinners und instant-Ramen für die letzten paar Monate, ich war ein guter Essen. Natürlich, ich brauchte genug Geld, um es zu bezahlen. So, ich dachte, ich gehe nach dem nächsten Tag, um ein bisschen Arbeit zu finden. Meine Eltern nie immer wollten, mich zu gehen. Sie wollten, mich zu bleiben, in ihren Shoppen und haben eine einfachen, stationärische Leben. Ich wusste, dass es ein Welt, außerhalb der vier Wallen unserer Antique-Store, that I had to be a part of. Also, eigentlich sind fast alle nicht auspacken. Hahaha. I daydreamed constantly about the weird and wonderful places each of our Antiques came from. I loved figuring out their stories, revealing the memories hidden beneath the screws and wires. My story in Balariva began with a little girl and a voice she was longing to hear. Hm. Das war süß gemacht. Das ist wie das mit Behind the Frame, was wir gespielt haben. Das ist auch so ein tolles Game. Oh. Schlaflied. Muss ich bestimmt reparieren, was kaputt gegangen ist, oder? Es war mein erstes Morgen in Balariva, und ich konnte nicht warten, um meinen Hotel zu verlassen. Es war eine kürzene Stadt, mit den Straßen und Alleywägen bergänglich in der heiße Sonne. In der Hauptstadt, in der Hauptstadt, die Präparation waren für den Festival in ein paar Tage. Als ich meine Flieger ausgedeckt habe, habe ich gefragt, was die Menschen von Balariva brauchen würden, um mich zu fixen. So far, alles hier ist perfekt. Ja, heutzutage, wie ist es denn Sachen kaputt geben? Wo gebt ihr die hin? Gebt ihr die irgendwo hin? Oder setzt ihr es direkt gegen was Neues? Gehen Sachen heute überhaupt noch so schnell kaputt? Der Kassettenrekorder, man kennt ihn. Den kennen wahrscheinlich viele von euch schon gar nicht mehr. Let's go. So, ich bin doch hier der Profi. Also, assemble with care, Leute. Ich war in sowas immer unfassbar schlecht. Okay, ich muss es hier wahrscheinlich einfach liegen lassen. Und hier muss ich das erstmal öffnen? Oh Gott, das muss ich tun. Oder ist das einfach nur kaputt? Okay, kann ich das hier in die Mitte legen? Ja, kann ich. Kann ich es irgendwie drehen? Ah ja, kann ich. So, wir müssen es hier erstmal öffnen wahrscheinlich. So. Äh. So, jetzt. Dann öffnen. Ha, look at this. Dann muss das hier raus. Legen wir dann hier hin. Aha. Those batteries look like they need replacing. Luckily, I have some spares. Okay, einfach nur Batterien austauschen. Keine Ahnung, ob die jetzt richtig rum sind oder nicht, aber ist ja egal. Das war's. Oder? Das war's doch. Glaube ich. Hoffe ich. Wo ist denn die Schraube? Ah, da. Boah. Boah, das ist ja wirklich cute gemacht. Ich hoffe, dass er jetzt wieder geht. Diese Platte mit dem Stiften aufkurbeln. Aber die ZD muss ja auch wieder rein, ne? Die muss ich jetzt erstmal schwulen. Ne, ist ja kaputt. Power. Achso, muss ich die jetzt auch erstmal... Boah, Leute, ihr seht schon, wenn ihr Sachen habt, die kaputt sind, bringt sie bitte niemals zu mir. Muss ich das nicht auch irgendwie aufdrehen? Oder ist jetzt noch irgendwas kaputt? Die Kassette noch mit dem Bleistift aufziehen. Aha. Da kennen sich noch Leute aus. Das ist ja faszinierend. Da muss ich das mal hier zurückplacen. So. Dann nehme ich jetzt die und nehme den Stift. Ja. Ach, witzig. Ah, Leute, es ist schon so lang her. Ich konnte mich einfach nicht mehr dran erinnern. Wie süß. Okay, dann machen wir das mal auf und legen die hier rein. So, es müsste gehen. Wir hören den Gesang einer Frau im Hintergrund. Spielt eine Spieluhr. Yes. Süß, wir haben es geschafft. Das war's. Vielen Dank, Maria. Stick of Gum. Three mismatched Buttons and a Yo-Yo. Mich erinnert das Spiel so ein bisschen an das Game, wo wir doch über durch die Welt gereist sind und alles in einem Notizbuch festgehalten haben. Wisst ihr noch mal, wie das wie das hieß? Vom Tanzabund Stream zu Gnur, zwei verschiedene Welten. Behind the Frame? Nee, es war ein anderes. Schließe Level 2 ab. Süß. Bruchstücke. Genau, das Spiel, wo ich die Fotos machen musste. Ich bin, wenn ich zurückgekommen bin, und ich habe ein Message, um mich zu machen, eine weitere Beziehung zu machen. Die Beziehung lede mich zu einem quaint kleinen Haus, eine Stone's Throw von der Beach. Bathed in die evening light, es sahen, wunderschön, in spite der die Flakung paintwork und schiebte Tiles. Die fronte war von einem harried-looking Mann, still Oh, die dürfen... Edith Finch? Nee, auch nicht. Das war das mit dieser... Mit dem Mädel, wo es doch irgendwie hieß, dass die Welt jetzt untergeht, wo dieser Damm bricht. Ah, mein Vater's Statue. Was ist abends davon, zumindest? Noch eine andere Weise, dass ich ihn überrascht hätte. Es hat 100 Jahre in dieser Familie überlebt. Aber 5 Minuten mit Isabelle und... Denkst du, dass du es schaffst? Ja, gehen wir. Seasons... Genau, Seasons of a Leather... Genau, A Leather to the Future, das meinte ich. Das ändert mich so ein bisschen an das Game. Yes. Willst du den Glüh nachher sehen? Ich will nicht, die Leute die Kräfte sehen. Okay, ich gebe mein Bestes. Ey, Statuen habe ich auch schon zerstört. Muss ich da jetzt den Glüh drauf packen? Oh, yeah. Okay, ich bin sowas ganz schlecht. Ihr müsst mir helfen. Ich repariere eigentlich nie was. Aber ich mache auch nicht viel kaputt. Aber ich bin trotzdem sehr schlecht in sowas. Ich muss erst mal gucken, wie die Teile hier zusammenhängen. Wo ist denn das Bein? Ah, hier. Wer? Ach, das hier ist das Bein, oder? Oh Gott, Hilfe. Ja. So. Sometimes I think my daughter should come with a warning label. So. Hilfe. Oh, unten. Ah ja, stimmt. Unten muss ja auch. So. Und zwar kann nämlich das hier unten dran. Plopp. Look at this, Leute. Farm together wollte ich auch noch unbedingt spielen. So. Plotsch. Und haben wir noch. Wo kommt denn hier der Arm hin? Da muss noch ein bisschen mehr Gluen, Leute. So. Wenn alle Stricke reißen. So. Lass mal gucken. Jetzt muss nämlich noch der Kopf da hin. Und... Ist diese Glu wirklich stark genug, um alles zusammenzuhalten? Ja. Warum fragst du? So. Und dann machen wir hier noch Glu hin. Und dann ist die Sache schon fertig. Klopp. Look at this. Da 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 da. Die Figur. Ja, Viewfinder ist auch voll das gute Game. Es sieht so perfekt, wie es immer war. Mein Vater wollte mich etwas von mir machen. Er hatte nicht mehr Zeit für nichts mehr. Als Joseph die Statue zurück auf dem Schalb legte, hat es gegen die Familienportritte stand stolz an sie. So. 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 Nein, es wartet doch mal ab, Girl. Aber echt interessant ist es bei euch so, dass ihr gerne solche Sachen... Kann ich das hier mal hinschauen? Dass ihr gerne solche Sachen auseinanderschraubt, um anzuschauen, was drin war. Ich habe noch nie ein Telefon tatsächlich auseinandergenommen. Muss ich ehrlich sagen. Außer jetzt hier in diesem Game. Die ist kaputt. Deswegen, das ist kaputt hier. Aber Vollgas. So, einen Stöpfel nehmen wir mal raus. Dann nehmen wir das raus. Legen wir das hier hin. Ersetzen die Telefonscheibe, da wir zufällig auch eine haben. Ich habe auch sogar ein neues Kabelchen hier. Süß. Und blub. Ist das wirklich so einfach, Leute? Ne, ich tue mir da immer so schwer bei sowas. Ja, sehr. Es ist voll cool, wenn man das kann. Ach, die Scheibe muss ich auch rausbringen. Aber. Stimmt, ich habe sowas echt noch nie gemacht. Ich wusste nicht, wie so ein Telefon von innen aussieht. Die Scheibe ist auch kaputt. Eigentlich voll schade, ne? Dann schmeißen wir es weg und holen sich ein neues, anstatt es so einfach wäre zu reparieren. Dann machen wir die Schraube rein. Plopp. Das ist ja richtig süßes Spiel. Sehr gut. Das ist zu. Dann kann ich nämlich wieder das hier drauf machen. Ich hoffe, ich habe jetzt alles ausgetauscht. Aber ich würde bestimmt schreien, wenn es nicht so wäre. Plopp. Machen wir das hin. Dann machen wir hier die Schraube hin. Plopp. So. Das auch. Plopp. Oh, was? Hast du... Oh nein, was? Das ist einfach, das ist leider nicht das zweite Kabel. Nein, muss ich nochmal alles rausnehmen? Nein. Oder kann ich das hier einfach an der Seite ändern? Verdammt. Ihr wusstet es. Ich war zu voreilig. Na gut, es geht ja schnell. Ah, die Musik ist entspannt. Das ist gut. So, weg damit. Äh. Kommt da hin. Ach so. Aber welche Drähte denn? Kleiner Tipp. Wenn ihr was auseinandernehmen wollt, dann macht beim Abbau Step by Step Fotos, wie es aussehen soll. Ja. Guter Punkt. Was für Wires denn? So, was für Wires? Ach, hier fehlt noch einer, ne? Ach so, da fehlt noch einer. Aber kann ich den hier nicht einfach mal... Das hier nicht einfach wegnehmen? Den... Das Kabel hier? Ich hätte das gerne, das Kabel. Ah, okay. Da muss man dran ziehen. Ja, das musst du dich aber auch erst mal trauen. So, und dann kann ich doch jetzt das Kabel mit dem hier verbinden, oder? Looks like this new circuit board is all hooked up. Ja! Ich bin die Beste! Das war aber schwer. Hust, Hust. So. Und dann... Muss noch das... Obwohl, du das nochmal weg. Machst jetzt nochmal zu. So. Ich werde für Stunden bezahlt, deswegen muss ich mir extra viel Zeit lassen, damit ich ja die... Aus einer Stunde zwei Stunden machen kann. Was? Fehlt noch ein Tab? Ach, da kann ich schon. Das ist schon wieder falsch. Flop. Flop. Floppy flop. Floppy flop. So. Und jetzt muss nur noch... Das hier ran. Stöpsel. So, wie tue ich das jetzt wieder dran? Friemen. Yes. Also ich glaube, es ist fertig. Yes, I did it. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. Ich bin so stolz auf mich. So, es ist alles funktioniert, ist es? Ich muss nicht... ...leave es zu dry oder... ...kool zu lassen? Nope, es ist bereit zu gehen. Es wird auf die Hälfte in kein Zeitpunkt. Das ist, wenn ich meine Telefonnummer paye, meine Telefonnummer. Und die Renten. Und die Supplieren. Also, ich bin gleich mit dir. Ihr Koffie ist auf der Haus. Hallo! Wie war meine Lieblingssister heute? Oh-oh. Ah, okay. Jetzt hat sie Schulden bei ihrer Schwester, ne? Actually, I might have another job for you. Can you come by tomorrow? Ja, wenn du mich bezahlst. Aber es scheint ja nicht so. War ich das alles umsonst? Von was lebe ich denn? Oh. Eine Kamera. Boah, das wird jetzt kompliziert, Leute. I need your help. I promised Carmen I'd return to help her get the cafe ready for her sister's arrival. Hm. Okay. Von Luft und Liebe. Ja. Du bist kein Experten. Ich bin der Experte. So, das war Carmen's Sister? Die zwei von ihnen könnten nicht mehr anders sein. In ihrer Wohnung sah ich eine wunderschöne Reflex-Kamera. Einen professionellen Fotografer träumen. Der Schilderfinder ist komplett dark. Ich kann nichts durch sie sehen. Ich glaube, du kannst herausfinden, was falsch ist. Oh Gott, dein Spiegelreflex würde ich mir nicht dran trauen. Aber hey. Okay. Let's go. Wir machen das. Ich habe meine Community auf meiner Seite. Als ob so eine krasse Spiegelreflex, die Schrauben dann so fett sichtbar hat. Aber egal. So, Leute. Augen auf. Da ist auf jeden Fall hier eine Anleitung. Ich habe jetzt keine... Ich tue das ganze Teils auseinander. Nein, habe ich nicht. Auf mir zuzugucken. Das macht einen ja richtig nervös, wenn die da währenddessen parallel zuschaut. Oh Gott, Hilfe. Was soll ich jetzt tun? Aber das stimmt doch so, oder? Achso, das muss so sein, ne? Ich glaube so. Oder muss das so sein? Muss das so sein? Ja. Ah, so muss sein. Ja, das wusste ich. Okay. Kann ich das jetzt auch festziehen? Nee. Verdammt. So, ne? Okay. Äh. Hilfe. Jetzt, äh, muss ich doch einfach nur das Ding wieder zusammenbasteln, oder? Oder war hier nicht noch irgendwas anderes? Da war doch noch irgendwas. Hm. Film kann ich noch austauschen. Batterie. Ach, die Batterie muss ich auch noch auswechseln. Das kriegt die nicht selber hin. Okay, wo war denn die? Wo setze ich denn die doofe Batterie ein? Oh Gott. Soll ich das Ding vielleicht mal wieder zusammenschrauben? So, wo war die Batterie? Hier, oder? War die nicht hier, die Batterie? Doch. Oder? Ja. Ja. So. Und dann schraube ich die ganze Kacke zusammen. Und dann... Hoffe ich, dass es stimmt. Aber die hat noch nichts gesagt, Leute. Ich glaube... Da fehlt irgendwo eine Schraube. In deinem Kopf vielleicht. Hier unten, oder was? Shit. Äh. Ich glaube, das hat sie gerade einfach nur gesagt, oder? Stimmt doch jetzt bestimmt, oder? Ja. Die Community sagt auch ja. Also wenn es nicht stimmt, kann ich nichts dafür. Yes, we did it! Wup, wup! Was ich schon wieder? Ich wollte es auf dem ersten Schraube. Ich habe es auf meinem ersten Krieg in Paris. Es ist eine 1958 limited edition. Die erste von its kind. Es kostet mich einfach 3 Monate. Aber es war es. Worte es. Ich habe keine Ahnung, was 3 Monate salary ist. Aber ich war sehr sicher, es war mehr als ich konnte. afford it was strange really that we were even staying in the same hotel i picked this place because it was cheap and cheerful but surely she could afford somewhere better she took some test shots fiddling with the camera settings until she was absolutely satisfied this work is immaculate this one person in this town who knows what they're doing is arrogant sagt er hat sie das aus wie so ein big boss sending you to me might be the first thing common actually gotten right i wondered why helena had bothered coming if she thought so little of her sister wahrscheinlich weil sie das geld haben will oder and i hear nothing from her for weeks and then when she finally does call me she wants his money if she thinks i'm lending her another penny she'll have to convince me it's not a total and i'd have to convince me it's not a total was to talk about it that didn't that klang auch nicht gut i'd have to do it only not angerufen weil es telefon nicht ging voll schön gemachtes design also auch so mit diesen mit diesen diesen zettelchen immer hinten das ist richtig richtig schön gemacht es ist wirklich pretty cute pretty cute the sun was setting over balleriva by the time i reached carmen's cafe from the outside it looked as quiet as ever but inside i found carmen cleaning like her life depended on it maria don't mind all of this if helena finds one speck of dust in here i'll never hear the end of it carmen seemed pleased to see me but i sensed the fidgeting tension beneath each sweep of her mop trying to live up to the standards of someone like helena seemed like an impossible task i hope you didn't mind fixing the camera for her she was furious when it broke i really need this to go well if she doesn't lend me the money i don't know how long i can keep this place going carmen led me to a back room where she'd laid out the components of what looked like a neon sign i had this made when i first opened the cafe but i'm hopeless with electronics so there was supposed to be a sign outside this might explain the lack of customers ah ok weil die kunden durch das zeichnet wussten das quasi das hier ein café ist ja das ist blöd ne oh gotthilfe was ist das geht nicht okay das heißt ich muss irgendwie aufschrauben habe es aber keine möglichkeit dazu oje leute help me stop me up die knulis helfen mir weil ich habe keine ahnung wie ich das machen soll so ok lass mal gucken was hier würde man alles immer nur vor allem ich habe ja auch immer die passenden teile ne das würde man sonst alles nur mit dem screwdriver lösen können ok das heißt das kabel geht nicht mehr ah hier fehlt was das muss hier rein aber das geht hier irgendwie nicht rein oh gott ich möchte es da rein legen oh gott hilfe leute äh piepels party piepels so was muss ich jetzt tun leber ach so ich muss das da glaubst du ja muss es da rein kleben oh aha uh ok so es muss diese komischen dinger hier irgendwie zusammenklippeln glaube ich denke schon wieder zu complicated ne ich habe ja noch welche ich denke das ganze ding muss leuchten tut es das jetzt nicht so das heißt leute nix das heißt es war schon richtig ne muss die leuchten drauf packen aber ist es nicht so doch genau so jetzt muss ich die leuchten drauf packen aber die kommen halt hier hin ne ok ok so und da wo ist die ice cream yeah aber noch nicht so ganz oh it's a bit flat maybe if it flashes it will really catch people's eye great idea i think i have a spare part that could do that aha habe ich das ah ok wieder kleben ne habe ich zufällig dabei ne passt auch genau dahin ah ok und jetzt kann man das hier rein aber wo sollen das alles hin stöpseln muss es dann hier gestöpseln muss es dann hier gestöpselt werden und das muss dann wahrscheinlich so stöpseln ne oh god das ist furchtbar aha wo hat sie die auf einmal her hilfe ok jetzt reicht aber langsam mal dann kauft ihr doch ein komplett neues brett man ich kann nicht mehr ok so dann klatschen wir das jetzt hier hin und dann würde ich sagen puh das muss ja schon irgendwie wirklich nur so sein nee bringt nichts ist ja echt nichts zufrieden hier ja ja entspann dich vor allem unangenehm dass die mir zugucken währenddessen so kann ich bitte das hier vielleicht dann da rein stöpseln so dann geht es oh nein so dann kommt es hier hin und ich würde das Eis hin machen sonst machen wir es mal an yeah das ist doch schön bitte sag jetzt nicht dass das Eis auf leuchten soll so dann schrauben wir es zusammen so muss schon geil sein wenn man sowas kann wenn man einfach so ein Talent hat Dinge zu reparieren das muss schon nice sein ich kann es nicht ich muss auch sagen ich war auch immer in den Kursen wo wir irgendwie was mit Holz machen mussten und schreinern mussten das war immer mein persönlicher Albtraum muss ich ehrlich sagen da war ich immer super schlecht drin oder Sachen reparieren löten und sonstiges Zeugs das war mein persönlicher Albtraum die sign fixed we headed outside and mounted it carefully over the cafe door schon hier das war die Schwester das war die Schwester Oh Gott, die ist ja furchtbar. Angenehme Schwester. Süß, Spielerei. I was craving the cool quiet of his and Izzy's seafront house. I'd barely reached their front door when I heard someone calling me. Maria, I need your help. Quickly, it's top secret. It was Izzy, peeking out from the side of the house. She beckoned for me to follow her. She led me through to a beautiful, unruly garden, and overflowing with flowers of every color. Nestled among them was a playhouse, its doorway almost completely obscured by a towering rosebush. You have to squeeze past it and breathe in real small, like this. Izzy took in a big gulp of air and crawled through the gap and into the playhouse. I hadn't planned on crawling in the dirt today, but the life of a repairwoman never did run smooth. On the table inside, there was an electronic toy. Not exactly the usual stock in my parents' antique shop. I had an accident. I didn't do it on purpose or anything, but it won't turn on anymore. Can you fix it for me? Oh, süß. Oh, God, Leute, help me. This Spiel is so cute. Okay, let's wrap this up. Oh, Gott, Hilfe. Der ist ja richtig in sich zusammengebrochen. Bub. Die haben ja auch immer alle die gleichen Kabel. Okay, was zur Hölle ist das? Okay, dann muss das auf jeden Fall schon mal neu rein. Ah, nee, ich glaube, dass wir erst mal das komplette Ding hier austauschen müssen, oder? Oh, Gott, Hilfe. Und wahrscheinlich hat es auch keine Batterien mehr. Ja, doch, hat es noch. Hilfe, Leute, Hilfe. Ah, okay. So, wo war die Musik? Oh, kack, ich habe kein Bild. Das war das, was ihr gerade gesagt habt. Ich sollte ein Bild davon machen. Wie war das gerade nochmal? So. Und wo kommt das hin? Shit. Brauche ich gar nicht, oder? Oh, oh. Äh, vielleicht brauche ich es ja gar nicht. Oder wahrscheinlich brauche ich es schon. Muss es nicht da hin? Ah, das kann ich öffnen. Oh, Gott, Hilfe, okay. Okay, lass uns. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott, Leute. I need your help, please. Wo sind die Gnus? Da wäre ich jetzt raus. So, da hat es auf jeden Fall die Musikdinger durchgeballert. So, das sieht doch jetzt schon mal gut aus. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Äh, also, hier haben wir einmal drei Punkte und ein Licht. Das heißt, wir schmeißen den weg, kaufen neun und tun so, als hätten wir ihn gekauft. Heißt, das Kabel muss hier hin? Ich habe keine Ahnung. Ich stöpfe jetzt mal irgendwas zusammen. Äh. Das ist alles falsch. Oh, Gott, help me. Help me up. Before you go, go. Oh, okay. Ich habe alles im Griff. So. Ich stöpsel es jetzt trotzdem mal alles irgendwie rein, um irgendwie mal auf mein Leben klar zu kommen, weil hier drüben kann ich es nicht einstöpseln. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt alles gestöpselt werden muss. Und funktioniert auf jeden Fall definitiv schon mal nicht. Oh je, Mini. Und den A-Button muss ich auch irgendwie austauschen. Dafür muss ich ja erstmal hier alles ausräumen, ne? Um den A-Knopf zu ersetzen. So. Jetzt. Okay. Ich hätte ein Bild machen sollen von den Zammstöpseln. Kann ich das irgendwo nochmal sehen? Also hier haben wir die Nummer 3. Die muss ja irgendwo den Strom durchschießen. Das heißt vielleicht so. Und dann muss die hier hin zur 2. Ach so, der sagt mir sogar, wo das hin muss. Ja, dann sag es mir doch hier bitte auch nochmal. So, wo muss das hier hin? Und äh. Dann muss ich den hier nehmen. Und der muss dann hier hin. Wie war denn das nochmal? Licht zu Licht. Ah, okay, okay, okay. Yes, yes, yes. I see. So, also das Licht muss zum Licht. So, oder? Bestimmt. Aber die 2 muss dann zur Musik, oder? Dann muss die 2 zur Musik. Und die Musik. Muss dann hier hin. Und dann muss das hier. Dahin. Und dann funktioniert alles. Ja, danke Leute. So einfach kann es gehen. Man muss es nur machen. So. Und das neue Spiel muss ich auch einstecken. Geht aber. Ich wusste, dass... Oh, ich muss dir das Spiel reinplacen. Hier, oder? Süß, die Forest Adventure. Hm, wo kommt denn das Game hin? Ah, hier. Oh, ist das süß. Do Grown-Ups play games as well? Hoffentlich. So, ich würde sagen, dann ist er doch fertig, oder? Süß. Ist das süß? Kannst du mir zeigen, wie ich spielen kann? Nein. Ich habe es vorher probiert, aber es war so hart. Ach Gott, ja. Ich erinnere mich, Leute. Geil. Süß. Oh. So ein schöner peachfarbener kleiner Gameboy. Oh. Werd ich vielleicht die Mutter als Ersatz? Ich muss sagen, jetzt in einem gewissen Alter, muss ich sagen, verstehe ich so viel, was meine Eltern mir damals gesagt haben und zu Recht verboten haben. Ich durfte früher nie mit Konsolen spielen. Warum? Eine Uhr, um Gottes Willen. Also muss ich ein bisschen merken, wie die zusammengebaut sind, gell? Unusual. Well, do come in. The job I've got for you is a little more delicate. Totally embarrassed, I walked into an orderly room filled with papers and ledgers. So this was his office. You must be so busy getting ready for the festival. Are you looking forward to it? Of course. It's traditional for the mayor to judge food from every cafe and restaurant in town. I'll be declaring the best chef in Belariva by this time tomorrow. Speaking of which. He unclipped the watch from his wrist and very carefully handed it to me. I'll have a tight schedule to follow, but my watch stopped working a while ago. Could you see if you can make it tick again? Yes, mit meiner Community immer doch. Boah, an der Uhr, da würde ich mich nicht rantrauen. Ach, das ist kaputt gegangen. So, jetzt haben wir einen Baby-Screwdriver. Oh Gott, okay. Stink. Ich weiß es nicht. Okay. Da hätte ich Schiss, an der Uhr ranzuwagen. Never. Würde ich nie machen. Müssten wir eigentlich mal echt machen im Stream, dass wir einfach mal irgendwas auseinander bauen von euch und ich versuche es zu reparieren, aber ohne Gewehr, dass es wieder funktioniert. Okay, das muss man sich ja wirklich merken. Ich mache mir da vorne jetzt ein Foto. Äh, sonst wird das nix. So. So. Dann nehmen wir das mal. Achso, ich kann die ganze Scheibe rausnehmen. Ja, dann. Ja. Das ist sad. Oh. Okay. Dann lasst uns erst mal hier jetzt das hier rausnehmen. Plack. Das hier. Erst mal das Glas reparieren. So, neues Glas einsetzen. Ziffernblatt rein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier rein muss. Ist das so? Oh, jetzt muss ich das achten. Das ist alles kaputt gegangen. Muss ich jetzt alles ersetzen? Aber ich habe jetzt ja doch zum Glück mein Bild hier gemacht. Da kommt es nämlich hier hin, glaube ich. Achso, die muss ich da runterprimeln, oder nicht? Oh je. Muss ich die hier runterholen, die Dinger? Ja, tatsächlich. Okay. Oh Gott. So, und dann hier nochmal das rauspulen. Geht da nix raus. Doch, das muss doch auch rauskommen, oder? Kriege ich nicht raus? Shit. Ich glaube, das bleibt dann, oder? Ich habe keine Ahnung. Äh. Das muss ich doch ersetzen, oder nicht? Oh, die hört nicht auf, die Uhr, Leute. Ich muss das da rausholen. Äh. Warte, wir legen ja mal alles weg. Und das würde ich gerne rausprobeln. But I don't know how. How should I do it? So, kann das hier irgendwie rausprimeln? Oder soll das so sein? Ich glaube, das soll so sein, ne? Okay. Dann muss das, glaube ich, hier hin. Die kommt in die Mitte. Oh. Ist das jetzt, wie es sein soll? Ach süß, das ist einfach nur das Menü, der Kaffee. Nein, nein. Fortsetzen. Okay. Nein! Verdammt, der Kaffee, hau ab! Ich weiß nicht, ob das funktioniert wieder. I did it! Leute, warte mal, da war doch noch irgendwo eine Schraube. Locker. Hier, die muss ich jetzt erstmal festziehen. So, damit das hier alles auch schön fest bleibt. Und dann kann ich die Schrauben machen. So, let's go. Yes, we did it! Assemble with care, Leute. Immer schön mit care samplen. So, und dann kann ich jetzt hier wieder draufpacken. Dann ist sie fertig. Yes! Hallo an alle! Abschließen. As I handed the watch back to Joseph, my fingers traced over the engraving on the back. I hoped fixing this was one small way I could help him move forward. Hmm. Schön. Ich kann nicht glauben, dass es funktioniert, Maria. Danke. Meine Frau war eine brillante Frau. Feeling das Tick auf meine Räste, es macht mich wie sie noch hier. Nein. Watches measure minutes und hours wie sie sind. Ich wusste nicht, dass wir so wenig Zeit hatten. Even mit Isabel, ich gar nicht sehe sie. Und wenn ich sie tun, sie wie sie mich lieben. Just then, the phone rang. Even when he was at home, his work was never done. Sorry, Maria. I have to take this. I'll see you at the festival tomorrow. Aww. Voll schön beschrieben. Tolles Game. So süß. Oh, eine Polaroid. Oh, süß. Hahaha. Und wenn ich mich in Carmen's apartment bringe mich in Carmen, die Tür war open von jemandem ich nicht erwähnt. Helene. Sorry für infizitieren diese Messer auf dich. Carmen hat nie gesehen, dass sie eine Knick-Knacken nicht wollen, wahrscheinlich. Carmen's apartment war ein bisschen chaotisch, aber total charmant. Es war einfach zu vorstellen, dass sie hier in einem Ort wie dieser Zeit leben. Es war definitiv nicht Helene's style. Sie war eher auf-Market als Flea-Market. Ich wusste nicht, warum sie sogar hier war. Wir haben eine Clearout. Oder, ich bin. Carmen's nicht helfen, als usual. Es ist ein Markt am Festival tomorrow. Ich verkaufte diese Sachen für sie Geld zu machen. Sie sagt sie nichts, wenn sie alles in der Niveau ist. Das ist ja süß. Eine kleine Dia-Projektor ist das, ne? Kein Polaroid. Hm, okay. Let's try. Ist doch voll süß, dass sich immer so die Sache, wo ich's repariere, immer ändert. Dass es dann nicht nur einfach nur, dass der Hintergrund sich auch ändert. Dass es nicht einfach immer nur deinen Arbeitstisch ist, sondern immer so ein bisschen auch den Charme hat von der Person, wo man gerade ist. Oh je, ich hab überhaupt keine Ahnung, Leute. Aber, Comgnunity ist da, zu helfen, zu helfen. So, erstmal alles okay. Da ist irgendwas kaputt. Okay, und wie drehe ich das? Ah, okay, mit den Spiegeln, ne? Äh. Oh Gott, Hilfe. Was will das Spiel von mir? Kann ich das hier auch hinlegen? Ne, das kann ich wirklich nur so machen. Aber kann ich das denn hier nicht irgendwie auch drehen? Wahrscheinlich mit dem Screwdriver, oder? So. Und das dann wahrscheinlich so. Oder? Was sagt ihr? Aber da fehlt ja jetzt noch eine. Hm. Ich glaub, dass es so noch nicht korrekt ist, oder? Was meint ihr? Ich glaub, das muss wahrscheinlich so gedreht werden, oder? Ne, ich glaub, das stimmt schon so, oder? Ich glaub, ich hab hier noch eins. Oh, ups. Oh, ups. Also, können wir hier noch irgendwas reparieren? Da muss doch auch noch einer hin. Ah, hier. Okay, da muss noch einer hin. Ich stehe. Den muss ja wahrscheinlich auch drehen. Ah, okay. Der muss nach oben scheinen. Der hier, oder? Ah, wie tue ich? Ah, hier muss der hin. Und dann muss ich den hochdrehen. So. Wenn es nämlich dann hier ist. Dann muss der nämlich sich hier so drehen. Genau. Okay, und wo muss ich den attachen? An was? Äh, darf ich das Ding vielleicht mal fertig zusammenschrauben? Ah, hier, okay. Hier ist also einmal der Clicker. Aber der war wo? Oben, oder? Da hinten. Und dann noch den Stöpseli. Und... Ach so, was ist da hier? So, und dann kann ich alles zusammenschrauben, oder? Aber nur vier schrauben. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es jetzt. Ich kann mir auch sowas so schlecht merken, wenn ich was zusammengebaut habe. Wie es dann funktioniert im Endeffekt. Okay, reicht, reicht. So, rein damit. Nein! Nein! Du hast keine Schraube vergessen. Du hast keine Schraube vergessen. Alles ist wunderbar. Du machst jetzt die dummen Filme da rein. Das ist alles in bester Ordnung. Nein, mach die Filme da rein. Ich will das nicht noch mal alles aufschrauben. So. Funktioniert doch. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Da fehlt nämlich gar nichts. Süß. Peppi Peppi everywhere. Ah, okay. Kommand thinks I'll throw my checkbook at her bad decisions and make them okay. But I can't. Not this time. You know, the funny thing is, I came here wanting to tell her the truth. But she's so infuriating. How can I ask her for help when all she cares about is herself? Hmm. Helena fell silent, shrinking under the gaze of her younger self, projected onto the wall. We drifted so far apart when I moved away. It felt like the only thing keeping us together was my bank balance. Puh, das sind harte Worte. I know I have to tell her the truth. It isn't fair. But I already lost everything else. Ah. What if I lose her too? Puh, wenn du glaubst, deine Schwester bleibt nur mit dir in Connection, weil du Geld hast, du hast keinen Job mehr und denkst, sie verlässt dich dann. Das ist hart. Zielpunkt. Oh nein, ein Brenner, Leute. The day of the festival finally came, and after all my hard work, I was ready to put down my tools and pick up a fork. The smell as I entered the main square was incredible. Each stall was the competition would start any minute. Most stallholders were waiting anxiously for the mayor to pay them a visit. All of them, that was, except Carmen, who was still frantically chopping vegetables and stirring pots. Maria! Thank God you're here! Can I ask you the world's biggest favor? Helena was supposed to help me run the store today, but she never turned up. Probably too ashamed to show her face. I can't believe she lied to me! Carmen was stirring so furiously, she was in danger of tipping the pot over altogether. The mayor will be here any minute for the judging, but I'm almost out of my special. She wasn't really going to ask me, was she? Not on my day off. Oh Gott, die nervt aber irgendwie, ne? I have a stove ready to build and everything. Can you set it up and make me a spare batch? Oh Gott. Was? Okay. Oh Gott, die hat es noch nicht mal aufgebaut. Okay, Hilfe. Okay, da muss also jetzt als allererstes... Broody. Das hier rein. So, und dann... Das kommt oben rein. Das kommt hier rein. Und die Dinger, glaube ich, hier jeweils. Und dann... Sollte es eigentlich gehen, oder? Dann kommt der... Muss da oben nicht noch irgendwas hin? Da fehlt da noch irgendwo was? Ach, hier. So, dann kommt der Kopf oben hin. Now to like the gas. Broth kommt rein. Ach, witzig, da muss ich das einfach drüber streichen. Okay. Bam. 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 Ja. Yes. Alles hättet ihr ja wohl echt selber machen können, oder? I think that pot is really boiling now. Smells great, if I say so myself. Hehe. Here are the ingredients that Carmen's given me. What to add first? Oh, God. One pint of stock. One half of carrot. Das ist wahrscheinlich eine Hälfte von carrot. Zwei Brokkoli-Dinger. Eine Handvoll... Was? Drei wilde Mushrooms. Einem nur drei, ne? Nur drei. Aber es waren noch nicht fertig. Da müssen noch drei rein. So. Plenty of... Was? Plenty of juice. Und wo sind Tomaten? Was sind denn Florets? Ah, eine Handvoll chopped... Eine Handvoll? Was ist eine Handvoll chopped... Äh... Tomaten? Keine Ahnung. So. Und das wahrscheinlich noch? Was heißt Plenty? Das weiß ich ja nicht, was die... Was für die Plenty ist. Und was ist das? Oh, Gott, Leute. Ich habe keine Ahnung. So. Die Jahreszeiten-Suppe. Ob die jetzt so richtig ist, I don't know. No. Lüt' nicht. Sie wollen was best. Ja, immer reden, Leute, das ist das Wichtigste. Was ist das? Oh je, ein Plattenspieler. Das ist ein Cozy Game. Die haben mich alle nur ausgenutzt. Hahaha. 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 Maria! Tattenspiel ist übel geil. Puh. I hope so. I hope so. Was muss ich da machen? Achso. Oh. Okay, ist wahrscheinlich, hoffentlich nur... I should check the wiring. Was ist das denn eigentlich? Nur hier hin? I think that should do it. This record should play beautifully. Beautifully? So, let's give it a try, dass ich einfach nur alles anklicken kann. Hm. Hm. It's spinning the wrong way. How can I get it to play in the right direction? It must be to do with the motor. Let's see if one of these spares can turn things around. Das ist doch geil. Genau. Oh nein. Okay, dann müssen wir das Ding wieder auseinanderschrauben. Let's go. Das ist interessant. Here's the problem. This wiring isn't connected properly. Hä? Wohin damit? If I turn the volume up, I should be able to hear it now. The speaker isn't connected properly. I should check the wiring. Hä? Hä? Was ist denn jetzt nicht richtig connected? This motor doesn't seem to work. Maybe I'll have better luck with a different one. Ach so. Also muss ich den Motor rausnehmen? Muss ich den reinpacken? Let me looky, looky. Well, it's playing in the right direction. I should check it's turning at the correct speed. Okay, die Spielgeschwindigkeit. Aber ist doch alles richtig connected, oder? Aber was anderes kann ich hier eh nicht mehr einfügen. Hmm. Hmm. Yeah. Look at this. The record player's crackling tune must have caught Helena's ear as she appeared a few moments later. Is that my old record player? I can't believe you've kept it all these years, Carmen. Leaning over the music, they looked just like the young sisters the slide projector had preserved all these years. Inseparable. Carmen told me about your camera. That was a really generous thing to do. I loved that camera, but I love my sister more. Now it's her time to be the person she wants to be. I'm going to stay here with her for a while. Make up for lost time. Carmen and Helena's relationship wasn't suddenly going to be perfect, but they were both prepared to try. And to think, it had all started because of a call Carmen made about some seasoning tips. I guess in the end, maybe it wasn't so hard to just pick up the phone and dial. I hadn't spoken to my own parents in a year. I wanted to hear their voices. Aber warum ist seit einem Jahr nicht mit meinen Eltern gesprochen? But the silence between us was so cavernous. I didn't know how I'd ever find the words to Bridget. Ja, it's so easy to contact me heutzutage. Viele kriegen es trotzdem nicht hin. Oh, wie schön. Eine Schmuck-Chetule. My final morning in Bellariva, I received one last call out to Joseph and Izzy's house. I knew I had to pack, but I figured I could squeeze in one final job before I had to leave. When I arrived, I found Joseph tidying up his wilderness of a garden. The playhouse was already cleared. Inside, I could see Izzy happily testing out her screwdriver skills on the back of her cassette deck. You've made quite the impression. Isabel, Izzy, tells me she's going to be a repairwoman like Maria. I'm sure she could be anything she wanted if she put her mind to it. She could. She's a brilliant child. Spending the day with her at the festival, I haven't had so much fun in ages. I wanted to give her something before she starts to forget. Inside, the house was transformed, flooded with light and the sounds of the garden. It felt alive again. This would be my last repair in Bellariva, but it felt like it was the house that had really been restored. It's a music box. It used to play beautifully, but now when I wind it out, nothing happens. I'd love for Izzy to hear it sing again. Can you help? Süß. Spieluhr. Ja, die Story ist auch schön, dass einfach Menschen an Gegenständen so viel verbinden und sobald die funktionieren, ändert sich deren Einstellung wie jetzt bei ihm. Dadurch, dass die Uhr wieder geht, die seine Frau, seine tote Frau ihm geschenkt hat, hat er wieder neuen Lebensmut und macht wieder aus der Wohnung was und lässt Licht rein und so. Das ist echt eine süße Message. Okay, das sieht aber auch kaputt aus. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das austauschen kann. Vielleicht mach ich ein Bild von der Family dann rein, oder? So eine Spiele ist schon echt was Schönes, wenn man das hat. So eine, die dann auch... Maria, could you add this Family picture of us? Ja, süß. Süß. Boah, crazy. Oh Gott. Okay, muss ich mal gucken, wie wir das hier rauskriegen. Kann man das hier rausnehmen? Ja. Oh, da ist ja was drin. Süß. Okay, da unten ist es also befestigt. Interesting. Gibt es nicht so kleine Spieluhren, die du machen kannst mit einer eigenen Melodie? Ich bin zu faul. Okay, jetzt kann ich das rausnehmen. Okay. Uff. Ich glaube, hier ist das Problem, oder? This mechanism is completely broken. I'll need to take it all apart before I can fix it. Oh Gott. Oh Gott. Okay, schön, dass ich das hier, äh... bekomme. Stecken wir es da gleich mal rein, wo es rein muss. So. Das ist auch kaputt. Machen wir auch gleich eine neue. Die auch kaputt. Oder muss hier noch was rein? Okay. Ist hier noch was kaputt? Okay. Gut. Immerhin. So. Dann soll ich das doch wieder festmachen, oder? Dann haben wir das. Und dann mache ich noch das Familienbild rein. Bin schon ein richtiger Profi, Leute. Ihr seht es schon, ne? Jid. So. Dann war doch noch... War nicht das dann noch hier drin? Bin grad gar nicht mehr sicher. War das hier unten einfach drin? Ich glaub schon. Und dann sollte ich ja noch... Das hier wieder reinmachen. Und den Ring. Ah ne, zuerst der Ring, ne? Gott Hilfe. Ah, das kommt da hin. Genau. Dann kommt jetzt das hier drauf. Dann kommt der Glue. Dann kommt das Bild. Dann kommt das. Und dann kann ich es wieder zumachen. Klack. Und dann... Und dann... Oh. Ist noch nicht fertig. Da fehlt was, ne? Ne, ich glaub nicht. So, jetzt... Glas. Aber wo hab ich denn noch ein Glas? Ich hab ja nix mehr. Achso. Ne, ich hab kein Glas mehr. Das ist ja kaputt. Das zählt ja nicht mehr. Aber da fehlt ja noch irgendwas, glaub ich. Da muss ja noch irgendwas rauskommen. Hm. Wenn ich das jetzt hier zu mach, kann ich denn so die Schlüssel reinstecken? Da fehlt doch was, oder? Oder muss ich noch irgendwas gluen? Oder muss ich... Achso, ich muss das hier rausholen, ne? Ah, ja. Okay. Now I got it. Jetzt. Ich glaube, das ist alles wieder zusammen. Ich sollte es spielen, um sicher zu sein. Yes. Jetzt. Schön. Ach, das war auch das Lied, was wir vorhin gehört haben. Ich möchte, dass ich den Vater, die meine Frau wollte, mich zu sein. Hmm. Ich habe so viel wie mein Vater, ich arbeite immer so lange. Izzy braucht mich mehr als das. Especially jetzt, dass es nur die zwei von uns ist. Meine Frau kommt erst. Well, bis sie sich überrascht mit ihrem Vater zu sein. Also, ich werde niemals überrascht mit dem Vater zu sein. Oh, ist ein schönes Spiel. Oh, was für ein schönes Spiel. Jetzt muss ich noch was fixen. Wahrscheinlich was, was... Ach, mein Koffer. Abreise. Oh je. The people I'd met, the items I'd restored, they'd taught me so much about what was really important. Pulling out my suitcase from beneath the bed, I remembered the day I stole it from my parents' shop. The day I left. Afterwards, I was too ashamed to call them, to apologize. It was a guilt I'd been carrying around every day since. As I packed, I knew that it was up to me, to find a way to lighten the load. Das ist das süße Spiel. Okay. Ach, guck mal, ich hab voll die neuen Erinnerungen gesammelt. Das ist sehr lieb. Helena gave me these designer shirts. Not sure I'll pull them off as well as she does. Oh. Süß, ich hab sogar den Walkie-Talkie von ihr bekommen. Wieso sag ich dazu nichts? Ah, das war das Rezept. Süß. Süß. Schтьkate ist das کے 초. Mmm, man scharg. Zepg smuts희. Meine suitcase war voll, but my heart felt heavy as I made my way to the station. I was sorry to be leaving Bella Reva behind, but I hoped that in my own small way I'd made a difference. Helena with Carmen's reunion was possible because they'd learned to overcome their differences. Joseph had realized he shouldn't let his grief or his work get in the way of his relationship with Izzy They'd each learned to see things from someone else's perspective Maybe it was time I saw things through my parents' eyes I knew it would be easier to jump on the next train put even more distance between us but I finally felt ready to talk to them I just didn't know if they would feel the same Did I even remember their number? I wasn't sure until I reached for the phone and it all came flooding back Wählen Rufen jetzt die Eltern an Mom? Dad? Maria? Is that you? Oh Was ein schönes Spiel Richtig toll Design toll Message ist toll Tolle Synchronsprecher und Sprecherinnen Schön mit dem Gemalten Die Klickgeräusche Als man das alles zusammengebaut hat Und wieder die Message Reden Kommunikation Ist das allerwichtigste Und sich bei den Liebsten melden Zu seinen Schwächen stehen Alles ansprechen Da haben wir es wieder Und es gibt noch einen Epilog Den spielen wir auch noch Da können wir auch eine Kaffeemaschine Geil Tschüss Liebe Maria Carmen hier Dear Maria Carmen hier Sorry I haven't written The cafe's been absolutely manic Since she left Luckily I have Helena here to help You wouldn't recognize her She's like a new woman She's always running around Taking orders And making drinks I even heard her compliment a customer On their outfit Personally I draw the line at fluorescent green bowling shirts But Each to their own It certainly made the customer smile She misses the city though Bella Riva's many things But It's definitely not as chic as she'd like She said there was a coffee shop Near her old apartment Where they made coffee With a shape drawn on top Oh It got me thinking I'm an award winning chef I can figure out how to put a leaf on a cappuccino A bit of cosmopolitan coffee Might be just what Helene needs Da gibt's ja Tutorials Wie du so Herzen Und diese Blätter hinkriegst Ne Of course Ordering a new coffee machine Was the easy part I wish you could've seen the mess I got into Trying to put the thing together Oh Gott Okay Das ist so quasi jetzt Der letzte Part Mit der Kaffeemaschine Um Himmels Willen Um Himmels Willen Oh Gott Ach so Ich mach das jetzt selber Ach witzig Die macht das jetzt ohne die Hilfe von der Oh Gott Das kann ja nur furchtbar werden Okay Wir müssen auch die Schrauben raus Oh Gott Also eine Siebträgermaschine auseinanderbauen Mutig Würde ich nicht tun Würde ich Oh Gott Hilfe Oh mein Ich weiß gar nicht ob das korrekt ist Dann wahrscheinlich das hier Das hört sich falsch an Das hört sich auch falsch an Das ist vielleicht schon eher Oh Gott Hilfe Wake me up Before you go Go Ich hab überhaupt keine Ahnung Wo irgendwas hin muss Ah Wie sehr Kommt das wahrscheinlich hier hin Ne Und Das vielleicht weg Äh Da wär ich tatsächlich überfragt Warum ist da so viel Steine Das kann nicht richtig sein Ne Auf gar keinen Fall Aber das geht da auch nicht ran Ne Das geht dann auch nur hier ran Ich glaub das stimmt schon Das muss nur noch der rote jetzt irgendwie funktionieren Aber ich weiß nicht Ne Im echten Leben dauert Es ist voll teuer Die Teile zu reparieren Ja Und vor allem auch die Teile zu bekommen Ah Vielleicht muss das ja Okay Das muss hier rein Aha Und dann Muss doch vielleicht das Hier ran Ah okay Ich glaub das hier So Das sieht doch gut aus Aber ich glaube Dass man das hier austauschen muss Jetzt Yes Sehr gut Und wo muss das jetzt hin Wahrscheinlich da unten oder Oh Gott ja Hilfe Äh Ich verbinde das jetzt einfach mal so Aber ich glaube das wird nicht reichen Weil Warte mal Da haben wir hier nämlich Kaffee Auf drei Striche Das heißt es müsste ja theoretisch dann so sein Oder so Oder so Yes Oh Gott Hilfe Aha Aha Und da fehlen aber noch Welche oder Ich hab ja noch Mehrere Aber es müsste doch dann eigentlich jetzt passen Muss das hier auch noch zugemacht werden Wahrscheinlich oder Ich hab keine Ahnung Ob das jetzt richtig ist Ich glaube aber nicht Weil sie hat ja nichts gesagt Wie geht's noch nicht Aber sind sie doch Oder seht ihr irgendwas was nicht grün ist My friends Ist doch alles grün oder Ich sehe nichts was nicht grün ist Hab ich hier irgendwas übersehen Hab ich hier irgendwas übersehen Hat das noch eine Lampe oder Nee Das müsste doch eigentlich funktionieren Oder Aber das sind halt auch noch drei von diesen Lämpchen Das macht mich irgendwie fertig Dann hat sie sich ja gleich mal Voll die krasse Sache rangewagt Ach hier hinten geht's auch noch auf Ah Okay Ich dachte mir doch schon Da muss noch was fehlen Oh je Ja Da muss noch gestöpselt werden Wäre schön Wenn die Dinge dann auch immer so leuchten würden So jetzt aber Yes Jetzt So Dann können wir es wieder zusammenbauen Finally Dann machen wir erstmal das unten fertig Es muss schon geil sein Wenn man es kann Und man hat es dann fertig gebaut Das funktioniert Das ist man bestimmt mega stolz auf sich Ich muss sagen Ich bin ja jetzt schon stolz auf mich Obwohl es hier nicht mal schwer ist Aber es macht mich glücklich So Lass mal gucken Ich glaube das ist alles Better test the buttons Just to make sure Ja Es sieht und Es dampft I did it I did it Geil So Erstmal Siebträger Rein da Genau Die Tasse weg Siebträger rein Bam Rum Oh shit Die Tasse Nein Okay Alles gut Alles gut Oh mein Gott Oh shit Kann ich die Tasse da bitte reinstellen Jetzt ist der Kaffee halt schon durchgelaufen Egal nochmal Hat keiner gesehen So Kann ich jetzt die Tasse nehmen Nee nicht Milchschäumer Ist das süßes hier Ja Milchschäumer Ich dachte doch Da kommt da noch was Äh Wo ist jetzt meine Maschine Äh ne Oh oh Ja Ja Das Leaf Das Leaf Hier ist das Leaf Oh shit So Schaut mal das an Verdammt Wie ging das nochmal Ich krieg sie hin Das geht doch irgendwie Aber ich weiß nicht mehr wie Das lässt man doch hier ganz lang drauf fließen Glaube ich Und dann zieht man das auseinander So So look at this A perfect coffee All it needs is a saucer And a couple of Helenas favorite biscuits Ah Ich weiß nicht wie viel ich da drauf geballert habe Aber es ist komplett egal So Oh schön Mein Gott ich hab's so verkackt Mit diesem scheiß weißen Fleck da drin Aber hey egal Hauptsache es schmeckt Erstmal Durchfall danach I was feeling more has been Than coffee queen By the time I'd made a drink Fit for human consumption It looked a bit Postmodern But knowing Helena's refined tastes I hoped she'd think it was intentional Always the connoisseur She didn't even bother to look at it at first She was so busy wafting it under her nose Steamed up her glasses of course How was she going to see my work of art Through an eye full of fog When she finally spotted it though She was totally impressed I'll admit She spent several minutes Trying to figure out Exactly what it was I'd drawn She decided It was probably a horse So I'm proud She was impressed enough to ask for another one I guess I'll need to get some practice in The whole thing was such hard work Maria I never realized how difficult it was All that mechanical stuff It made me realize how much I have to thank you for So I wanted to say that now Better latte than never Oh süß Ja Somit haben wir alles geschafft Super cutes Game Ich bin sehr begeistert Und liebe solche Cozy Games Falls ihr also weitere Cozy Games kennt Die ich noch nicht gespielt habe Empfehlt sie mir sehr gerne Und das Wichtigste was das Spiel auf jeden Fall sagen möchte ist Kommunikation ist der Key Zu seinen Fehlern stehen ebenfalls Und sich für nichts schämen Super süß Hat mir sehr gut gefallen Über den Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen Über ein Abo auch Und ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag, Abend oder Nacht Was auch immer ihr gerade macht Und über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen Was ihr zum Beispiel schon mal repariert habt Oder ob ihr es reparieren lassen müsst Ich bin sehr gespannt Ich bin sehr gespannt Bis zum nächsten Mal.